Paolo César da Silva Berrios ist ein paraguayischer Fußballspieler. Bis 1998 spielte da Silva in Paraguay bei verschiedenen Vereinen seiner Heimatstadt de Sanchen. Vom Spitzenklub Zeroportino wechselte der Innenverteidiger 1998 nach Italien zu Perugia Calzico. Sein erstes Jahr in der Serie A war allerdings eine Enttäuschung, denn er kam beim damaligen Erstliga-Aufsteiger Calzico nicht zum Einsatz. Deshalb wechselte er für ein Jahr nach Argentinien zu Club Atleti Colanus, wo er in der Primera Division siebenmal spielte. Die Rückkehr im folgenden Jahr nach Italien verlief mit sechs Serie A-Spielen für die AC Venedig erfolgreicher als der erste Anlauf. Aber als er 2001-02 auch beim Zweitligisten Asco Sintza Calzico nicht zum Stammspieler wurde, kehrte er wieder nach Südamerika zurück. Danach feierte er in seiner Heimat seine größten Erfolge. Mit Libertad de Sanchen wurde er zweimal hintereinander paraguayischer Meister. Dabei empfahl er sich auch für den mexikanischen Champions Cup-Sieger Deportivo Toluca, bei dem er seit 2003 unter Vertrag steht. Mit Toluca gewann er 2005 die mexikanische Meisterschaft und stand im Jahr darauf im Conquercaf Cup-Finale. Auch wenn Paulo da Silva's Ausflug nach Italien nicht sonderlich erfolgreich verlief, so brachten ihm seine italienischen Erstliga-Auftritte eine Berufung in die paraguayische Fußballnationalmannschaft ein. Am 27. Juli 2000 bestritt er sein erstes Länderspiel. Richtig erfolgreich wurde er dort erst nach seiner Rückkehr nach Paraguay und in der Zeit in Mexiko. Aber obwohl er in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland 14 der 18 Qualifikationsspiele bestritt und sicher zum WM-Aufgebot Paraguays gehörte, spielte er in den drei WM-Spielen seines Landes keine Rolle und wurde nur einmal kurz vor Schluss eingewechselt. Titel Erfolge paraguayischer Meister 2002-2003 Titel Erfolge paraguayischer Meister